Heute vor 45 Jahren. Damals am 8. November 1975 gab es das Spiel zwischen dem SV Werder Bremen und Hannover 96. Eine Partie, die, das kann man vorweg sagen, nicht in die Geschichte eingegangen ist, denn das Spiel endete am Ende 0 zu 0. Warum ist es so wichtig zu wissen, dass diese Partie 0 zu 0 endete? Ganz einfach. Damals, man kann es sich heute nicht mehr vorstellen, gab es nur drei Partien in der Sportschau am Abend. Maximal. Und ein 0 zu 0 war natürlich keine Begegnung, die man den Zuschauern gerne zeigen wollte. Deshalb gibt es heute keine wichtigen Bilder mehr von diesem Spiel zwischen dem SV Werder Bremen und Hannover 96 vom 8. November 1975. Und das ist, gelinde gesagt, sehr schade. Denn es ist eines der Ereignisse der großen Bundesliga-Geschichte, die überhaupt irgendwie, wenn man im Nachhinein etwas erzählen möchte und gerne bebildert hätte, es verdient gehabt hätten, dass dort komplett alles aufgezeichnet ist. Nein, von diesem Spiel gibt es keine bewegten Bilder und wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Denn für die Geschichte ist das wichtig. Also, um ungefähr 14 Uhr versammelten sich damals Wolf-Dieter Ahlenfelder und seine beiden Linienrichterkollegen in der Vereinsgaststätte des SV Werder Bremen. Da sie am Abend zuvor schon angereist waren und ein bisschen etwas auf den freudigen Tag, der da kommen sollte, schon getrunken hatten, hatten sie Appetit. Und da wir November haben, gab es in der Werder Vereinsgaststätte eine schöne Martinsgans mit Rotkohl und Klößen. Ja, der eine oder andere mag sagen, ist das denn die richtige Ernährung? Nahrung für ein Spiel, was anderthalb Stunden später standfindet? Naja, das hat man damals noch etwas anders gesehen. Auch Franz Beckenbauer hat mal gesagt, eine schöne Schweinshaxe direkt vorm Spiel. Das war unsere Ernährung, das hat uns Kraft gegeben, neben der Knorrsuppe, die natürlich Franz Beckenbauer auch ständig gegessen hat. Also, ungewöhnlich war das nicht, dass sie drei dort bei Martinsgans, Klößen und Rotkohl gesessen haben. Aber etwas anderes war ungewöhnlich an diesem Tag, denn als sie gerade fertig waren mit ihrem Essen, kam der Schiedsrichterbetreuer des SV Werder Bremen, Richard Ackerschott, rein in die Gaststätte und fragte die drei, ob sie dann so langsam aufgegessen hätten und runter in die Katakomben kommen könnten, um sich umzuziehen und warm zu machen und auf das Spiel entsprechend fortzubereiten. Ja, sagten die drei, sie würden gerne runter in die Katakomben gehen, sich umziehen und auf das Spiel vorbereiten. Doch leider würde ihnen die Martinsgans, das Rotkohl und die Klöße, sehr, sehr schwer im Magen liegen und sie müssten was dagegen tun, denn gleich auf dem Spielfeld wollten sie ja wieder volle Leistung zeigen. Richard Ackerschott guckte etwas irritiert, daraufhin sagte aber dann Wolf Dieter Ahlenfelder, keine Sorge, Maßnahme 1 ist bereits eingeleitet und in der Sekunde kam der Kellner von hinten mit einem Tablett und auf dem Tablett standen drei Hagebeck-Pilz. Die tranken Wolf Dieter Ahlenfelder und seine beiden Linienrichter auch in einem Zuge auch gleich leer und Richard Ackerschott verschwand erst mal wieder. Um 14.40 Uhr, also ungefähr 45 Minuten vor Spielbeginn, kam Richard Ackerschott wieder in die Werder Vereinsgeschichte, war mittlerweile etwas unruhig und fragte die drei, ob denn jetzt der Zeitpunkt gekommen sei, wo man gemeinsam runtergehen könnte in die Katakomben, wo die drei sich dann umziehen könnten und sich langsam auf das Spiel vorbereiten können. Ja, sagten die drei, ja, das wäre jetzt so langsam wäre der Zeitpunkt gekommen, aber, und das wäre auch wirklich fantastisch, die ganz, das Rotko und die Klöße wären durch das Bier langsam in eine gewisse Schwingung gekommen, da würde sich im Magen schon richtig was bewegen, das würden sie auch spüren, aber so richtig, richtig absacken, wollte das Essen leider immer noch nicht und deshalb hätten sie etwas vorbereiten lassen und diese Maßnahme 2 wäre jetzt. In dieser Sekunde, wo Richard Ackerschott neben ihm stand, bereit, er solle mal zur Seite gehen, denn der Kellner kam wieder mit einem Tablett an. Diesmal standen allerdings keine Biere auf dem Tablett, sondern Schnäpse, Malteserschnäpse und auch die verleibten sich die drei sofort ein. Etwa um drei Uhr gingen die drei dann doch runter in die Katakomben und sie zogen sich aus und in der Sekunde, wo Wolf-Dieter Altfelder nur noch in Adiletten und seiner schwarzen Schiedsrichterhose da stand oberkörperfrei, kam ein Spieler von Werder Bremen rein, das war Horst-Dieter Eisenfuß-Wittges und er fragte Wolf-Dieter Altfelder, ob er denn eine Sekunde vielleicht noch Zeit hätte, der Masseur hätte heute Geburtstag und ob er Ali nicht mehr ganz kurz in die Werder-Kabine kommen könnte, um dem Masseur an seinem Ehrentag zu gratulieren. Und da Wolf-Dieter mittlerweile in einer wirklich veritablen Geburtstagsstimmung war, dachte er natürlich sofort, jo, stolzierte in seinem Aufzug in den Adiletten und nur mit der Schiedsrichterbuchse bekleidet ihn die Werder-Vereinsgeschichte und gratulierte dem Masseur. Aber in dieser Sekunde bemerkten die Werner-Spieler auch etwas, was Horst-Dieter-Hörtges schon auf dem Weg in die Kabine aufgefallen war. Wolf-Dieter war nicht mehr ganz nüchtern. Und damals war die Zeit noch etwas anders, denn die Werder-Spieler entschieden sich dem Schiri zu helfen.